So, da sind wir wieder zurück in Rocket League. Wir haben das Auto gewechselt, den Takumi wieder. Jetzt hat Sven keine Ausrede mehr. Richtig, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken. Was? Vielleicht liegt es am Aufkrieger. So weit kommt es noch. Ja. Nee, nee, keine Zeit mehr für Ausreden. Jetzt wird hier erstmal geliefert. Jetzt müssen wir auch wieder... Wir müssen was beweisen hier. Nein. Die Seitenrolle, die muss ich echt noch üben. Die muss ich echt noch üben. Den habe ich nicht gerade verbockt. Meiner. Okay, dann fahre ich nur so nebenbei. Nein. An das Getroffenen hätte es das schon sein können. Das sind sie bestanden natürlich. Lol. Den hat aber auch direkt verwandelt hier, guck mal. Hat er nicht lange gezögert. Nö. Dabei kam unter, er kam angeflogen. Zack, drinnen. So, wir spielen gegen Aids. Kein Wunder, dass wir gerade im Rückstand sind. Boah. Noch angekommen. Ah, ich treff das Ding noch nicht mal. Ich treff das Ding noch nicht mal. Wo ist denn? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Kacke. Oh nein. Oh nein, Alter. fliegt doch schon wieder da mal kann ich auch nicht machen weil sie ja auch ein btl dritte dinge was so kommt jetzt scheiße läuft dann noch mal richtig dann der wurm ist drinnen aber richtig ja wir wollen liebst auch ein drehwurm Kein Panform? Nee. Ah, Gott sei Dank. Soll schlank machen. Was denn? Das macht dich auch schlank, bis du tot bist. Ja, Alter. Schleimt uns schön, bis du mich tot bist. Boah. Dennis würde mir jeden 40 Stück Bandform empfehlen. Das heißt ja, ich würde jeden fettleibigen Tod sehen wollen. Alter. Ich muss mal atmen. Ja, Bandform so lange drinnen lassen, bis er dünn ist und dann wieder empfehlen, oder wie jetzt? Boah, das hast du jetzt gesagt. Das ist Helm. Gesicht. Boah. Nee. Boah. Schade. Mal ein bisschen mehr Nuss. Immerhin habe ich ihn vom Weg abgebracht. Ja, er ist leider immer noch da. Habe ich. Ich komm. Der kommt gut. Nee. Ich kann man sich so verspringen. Ah. Sorry, sorry. Boah. Mann. darf jetzt nicht sein, sowas. Toll. Da hat er mich gut abgewehrt. Nein. Ich habe noch versucht, abzuwenden. Ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre. Scheiße, ey. Ja, wir sucken gerade richtig. Ja, aber der wäre auch so reingegangen. Ich habe es noch. Hatten wir so auch noch nicht, ne? Doch. Aber nicht in der Aufnahme. Das wäre so richtig. Sack. Weiß ich nicht genau, ob das eine Aufnahme war oder nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube eher nicht. Wir von Rocket League hatten wir also bis jetzt zumindest noch nicht so viel. Ich bin der Meinung, wir hatten sowas noch nicht. Na, gesagt haben wir aber auch schon richtig. Ja, klar. Hab ich. Oder geht. Schade. Der Ball hatte Navi. Weil du kennst den Weg. Ach, das tut. Guck, geh rein, geh rein, geh rein. Ja, ist voll. Mit dem Arsch. Angeschossen. Zack. Alles geplant. Ja, jetzt sind die 30 Sekunden, machen wir auch wohl ja. Klar. Guck mal, es sind aber 8 Tore gefallen. Fällt dir was auf? Ey. Wir haben nämlich die Crazy 8 Sticker drauf. Das wir so sucken, ist crazy. Und Tore sind gefallen. Genau 8. Verstehst du? Ja. Doch 8. Wenn jetzt das aber auch keins mehr zulassen hat. Sonst ist es 9. Und wir dürfen keins mehr machen. Boah, wie bitter. Ja, so bleibst du noch. Wunderlampe. Nicht schon wieder. Ja, jetzt ist es heute nochmal. See ya, man. Ja, geh, komm, tschüss. Ja, die spielen anscheinend schon ein paar Stunden. Da haben sich welche gefunden. Ja. Sein Freund. Warum sucht er, tut er nicht selbst senden? Egal. Ero 110 Chimera 2. Hm. Komisches Server Name. Nein, wir haben mit euch. Oh nonno. Wenn ihr mich in den, wie das neugelig? Da ist auch ein 000 Cent. Und dann sind wir auch mal krank. Ero 1000 Chimera 2. Einmalen. Ich hab ihn mir durch den Sitzel. Ja, ich bin mir nicht zu sagen. Und dann haben wir kein Geld in den Sitzel. ich hätte selbst reingemacht wenn ich nicht verfehlt hätte aber gut dass du ein reingemacht hast wenn aber auch schon ziemlich knapp das war schon ziemlich eng das wäre jetzt gewesen oder ist es aber da nein da hatte ich sie da auf dem teller und das mache ich geht aber nicht lol und dann kommt da so ein druck hinter hast du hast du nicht du hast mich aber immerhin habe ich jemanden aber das tor nicht kacke soll bro fährt er mir in die parade noch hat ha Musste ich nochmal den Senf posten? Nicht? Nee. Ich dachte doppelt hält besser. Im Grunde hast du recht. Doppeltes Tor hält besser. So. Mein Fehler wieder gut gemacht. So. Ich bin raus. Ist das so? Oder nicht? Wer Fehler macht, muss sie auch irgendwie versuchen wieder auszubügeln, ne? Lucio Style. Ha? Lucio Style. Lucio? Sorry, ich kann mit dem Begriff gerade nichts sagen. Ach, Fußballer. Damals bei Bayern. Ja. Lange ist es her. Da hab ich da schon... Ja, natürlich. Da hat noch Seroberto gespielt. Ich bin schon mal die Elber, Mensch. Hallo? Dennis? Bayern hat mich nicht interessiert. Sorry. Nein, aber es sind Spieler, die kennt man. Nee. Doch. Ja, Dennis aber nicht. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich... Hm. Hab ich nicht. Kennt er nicht, sagt er. Da. Hast du den? Nee. Der Gegenspieler war dahinter, hinter dem Ball. Weil, hat er den Ball vergessen. Nee. Nee. Sorry. Ach, verdammt. da klaut er mir den noch unfassbar so ein pirat piraterie gleich auf ja ja wenn ich mal richtig treffen würde dann wollen wir weiter reden ja über tore aber da bin ich noch ein bisschen inkompetent irgendwie läuft heute nicht ganz so das war gut genau dass du denn jetzt nämlich tristan hätte ich noch getroffen jetzt wieder ein doppeltisch gegeben und der welt ganz woanders hin geflogen darf ich jetzt auch mal nach vorne ja ich bleibe hinten abwärtsen hat trägt kann ich hinten bleiben zwar nicht das gäbe vom 2003 aber ausgeboxt die die alle fahren ist wie in der fahrstuhl führerschein aber rickscher gemacht oder was rickscher ich komme raus sorry du hast das schon gesagt habe ich schon am ball schnell reagieren das lief doch mal vernünftig insgesamt das lief echt gut ja das lief echt gut ja er hat ja null punkte geschafft bahn junge schön abgewehrt ich komme nicht einfach verrückt sie ja kann ich nicht ich komme aus dem stand ohne nuss das ist kein druck hinter aber da ja da andere Die Leute sind die Marufa?